Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Battlefield 4, weiterhin natürlich mit Jan. Die alte Nougat-Schnitte ist auch wieder da mit am Start. Wir spielen Pearlmarkt, habe Sanitäter und spiele mit einer Wasserspritzpistole. Ich liebe zur Zeit einfach dieses Wortspiel, was ich zur Zeit immer an mir habe. Nehmen wir den mal für eine Waffe, ich weiß nicht, ich will mal was anderes mehr. Glaub ich den mal von Topo, habe ich schon lange den gemacht. Das ist doch langweilig, immer nur gegen uns. Hä? Jetzt hat der übelste Pro-Seiten damit zu spielen. Fatsch! Ist das nur ein Schuss, dann muss er erstmal wieder an den Fall. Ja, aber Treffer ist gleich tot. Ich gebe mal. Aber immer öfters. Die Schocks ist bei 99%. Da unten ist einer vor sich. Price ist da hier, Superschild aktiviert. Das ist schon ein Lernen, ey. Da sind gar keine Leute. Ich höre nur Brrrr. Brrrr. Ja. Irgendwann wird es gleich sterben, weil von links kommt einer. Alles klar, weiter. Ab mal E. E müsste Dach sein, ne? Ja. Ne, wir gehen zurück nach C. C, C, C. Oh. Achtung, wir haben Rändungsziel Alka verloren. Ich wollte die Messer... Fick dich. Man. Alles klar, oben aufs Dach bin der Mann aus Rhein-Dorf. Nehmen wir unten wieder einen. Ja, ich komme runter wieder. Ah, scheiße, einer habe ich noch mitgenommen. הת Cen. Ja, redzt der mich. Was ist das? Wir haben keine Vertrauen in der Einsatzung getan. Nein! Fuck, Alter, ich hab da mit gerechnet, Leute. Richtig übel. Ich hab da voll mit gerechnet. Ah, Leute, links um die Ecke. Jawohl, die KKD-Leute jetzt mal weggesprengt. So muss das sein. Alter, was geht hier gerade ab, Alter? Ich kann nicht mal reden. Janni, bist du noch da? Ja. Okay. Fuck, ich will den Messern ja wollen. Weg, bis... Ah, Mann. So. Ich bin mit der SG... Wann spielt der mit der SG553, Alter? Wann hab ich denn die ausgewählt? Mit der AUG hab ich auch noch nie gespielt, Leute. Dann probieren wir doch mal die AUG aus, ja? Ich bin heute echt ziemlich leise, kann das sein? Alter, ich rede kaum. Jan auch nicht. Der ist auch so mega... konzentrierst... Ah, fuck, Alter, da laufe ich natürlich genau in die KKD-Leute. Ja, da merkt man, die KKD-Leute waren die letzte Runde bei uns. Jetzt sind sie rübergegangen mit den Pro-Leuten. Ja. Ja. Und so. Nee, diese Gilde heißt Pro. Macht die zu wenig Schaden, die Waffe. Ja, ich bin zur Zeit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, immer so die... Äh, alle Waffen wirklich mal jetzt zu spielen. Ich hab ja sonst immer wirklich nur was in Forums stand, gezockt. Ich kann bei Jan wieder nicht spawnen jetzt. Ja. Ich bin aber auch zurückgelaufen. Ja, KKD-Leute, die können nur mit Schrot spielen, weil sie nichts können. Den Penis, der ist so klein, den die haben. Die können halt nur mit Schrot spielen. Ja, richtige Skiller spielen nicht mit Schrot. Und dann nur mit Ruhe und der Müll. Genau. Zack, Multi-Kill. Ich hab einen auch gefehlt. Psch. Hilfe, Zeit, als Kill. Da kommt einer die Treppe hoch, Treppe hoch. Da ist er. Oh, Jan, Mann. Lauf, bleib doch nicht weg. Ich sag's, Exel. Es kommt einer die Treppe hoch. Ja, ich leb doch noch. Richtig. 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 Ja, ist klar. Ja. Wie in dem... Genau, Peter. Erzähl, dass da... Peter nichts reingeht. Genau. Minimimimimi. Minimimimi. Minimimimi. V A C G A P E L A. Wności? Darf ich fahren? Hat dahin! Da, rechts, 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 rechts. Das ist ja alles unsere. Weiter gratuit. Ja, ich bleibe noch nicht. Da. Da. Hast du Kill gekriegt? Hey da, vorne läuft keiner. Komm nicht lang. Ich schüttel. Da war's. Scheiße. Ah, oben diese Dachcamper, Alter. Deswegen hab ich gesagt, ich weiß nicht, warum die Leute immer Pearl-Markt nehmen. Alter, ich kann die Map so langsam nicht mehr sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und so lange nehmen wir noch gar nicht wieder auf. Ja, dass man sagen kann, ey, ich kann die Map nicht mehr sehen. Aber mich geht die Map echt extrem auf die Eier schon. Weil's immer das Gleiche ist. Die ganze Zeit. Fuck. Ja. Na, ich retze wenigstens. Nicht so wie du. Ich hab dich auch geretzt, also mal ganz lange. Ja, du. Ja, nehmt sie dir. In it, come. Ja, du. Mein Gott, der zässt sich direkt an der Tür hin, dieser Wichser. Macht Ultra eigentlich. Hä? Wir stürmen rein und er sitzt irgendwo in einer ganz anderen Ecke wie wir. Ja, ich hab da auch den Typen verfolgt. Draußen fangen. Oh, scheiße, das war der falsche Knopf. Hier geht weiter. Ja, ich hab da auch die guarantee. Lade nach. Gürtet jemand den. Lade wieder nach. Schmeißen mehr FKid. Geh in den Kampf. Bitte noch einen. Obst, das ist verboten. Lade nach. Geh rein. Habt noch eingekillt. Lade nach. Nach. Geh zurück. Oh, Leute, wir sind beiden der Erster und Zweiter. Ja, ich bin der Erster. Naja, vorhin war ich der Erster. Jetzt bist du der Erster. Aber jetzt, ich denke die ganze Zeit, wir spielen mega schlecht, aber... Ja, wir sind die Besten. Weil die KKD-Leute sind wirklich gut. Also, ich würde niemals sagen, dass die schlecht sind. Aber ich hasse es halt, immer dieses perfekte Management von der Waffe der Map anzupassen. Ah, fuck, Alter. Ich habe richtig viele Kills gerade irgendwie gemacht. Ja, meine Mutter auch. Ja, das weiß ich. Können wir doch auch mal was. Mal hier, 13-4, Alter. Mal, 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 mal. Ja, ich rette dich ja auch. Habe ich noch nie bei dir gesehen. Nein. Ich habe gerade irgendwie acht Kills in Folge gemacht. Ach so. Hoff, irgendwie sah? Ach so, ich habe gerade – ich halte dir zu. Ach so hin. HP Scheiße HP nicht schrecklich Ja Immer Munition mitnehmen Wovon mir die Scheiße gleich wieder ausgeht Ich komm hier nicht rüber doch Ich komm hier nicht rüber doch Ich komm hier nicht rüber doch Jawoll Das war der Pisser von den Dächern Oh Zack Nächster down Jetzt komm ich jetzt so langsam rein wieder ins Spiel Ja Ich bin mal nach D Ja ich bin ja bei D ja ja Ich komm damit immer durcheinander dass das ja A wäre Ja Die Schalosien gehen gar nicht mehr runter Die Schalosien gehen gar nicht mehr runter Du hörst nur die Motoren Äh Oh Oh War Eingang War Eingang Ah mein Gott Leute Drückt noch Da kratzt man sich einmal ne Wie über den Schuss Ja Ich werde meinen ersten Platz jetzt gleich verlieren Scheiße Ich guck die ganze Zeit auf äh Wie die Schalosien hoch und runter fahren ne Pfff Pfff Hehehehe Da ist ein feindlicher Zahnarzt Hört mich der Verstattung Sperrfeuer Mann bleibt euch an jeder Wichskante hängen du Scheißmännchen Hörnchen 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 Das kann nicht wahr sein jetzt hier ey Wascht auch keiner mit vor Jeder hat gesehen dass ich vorwasche Das ist ja Kuppel Ups Das wird schon wieder so ne enge Runde ne Ja Ja Immer der ist vorne die gerade rumlaufen und nehmen alles wieder ein Einsatzziel Charlie ist neutralisiert worden Da bleibt einer Wir haben Einsatzziel Charlie erobert Ja Boah du scheiß Camper alter die KKD Leute sind nur am Campen Jetzt ganz ehrlich ey Boah die wagen nur darauf dass du rauskommst erschießen die Die stehen immer nur da oben Wenn du dein Ei nimmst Boah die sind sowas von nervig die Leute Camper Pussys alter Solche kleinen Eier wie die haben ey Kann doch gar kein Mensch besitzen Fuck So jetzt setze ich mich auch hier bei 10 und warte bis die Pisser kommen Shit Obf am Dach Shit Schau Vom Dach Du Dann Und Los 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 Ah fuck Jetzt werde ich auch noch gemessert Alter Ja ich schieß schon wie früher Oh nein ich schaff das heute noch Oh die geht noch 10 Minuten mit Sicherheit Naja wo ziehe ich denn hin Alter Ich habe auch voll Hunger Ja ich schieße gegen die Wand Was ist das für ein Bug Vielleicht einer hoch hier Ja ey Der Zank der läuft nur oben auf den Dächern Und das ist so ein richtiger Kurde Alter was Wie kann man so viel campen Jetzt mal ganz ehrlich Macker Bewegt deinen faulen Arsch mal Kein Wunder dass ihr nur Irgendwo rumgammelt Boah wie ekelig Alter der läuft nur Dann holen sie seine gleichen Posten ab Ja dann brauche ich doch gar kein Äh Dingenspiel Dann spiel lieber ein Wirtschaftsspiel Alter Ja und baue immer im Kreis das gleiche auf Du Vollspaten Alter OMG Alter Ich baue alles im Kreis auf Der läuft nur im Kreis Der macht nichts anderes Der läuft nach C Läuft wieder da oben aufs Dach Läuft wieder nach C Läuft wieder da oben aufs Dach Das macht der die ganze Zeit Total dumm Da würde ich aufhören das Spiel zu spielen Ja ist klar Mhm Ich hasse diese Map Weil das nur ein Gekämpe ist Hoch 3 Alter Oh mein Gott Ich kann doch nicht wenn ich spawne in jede Ecke gucken dass da einer ist Warum gucken denn nicht die Leute denn ja schon sind mal nach oben Ultra hinter dir Ich weiß Wir konnten nicht bei dir spawnen Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ich kann doch nicht Was hast du gesehen? Das war gut Anruf Schreiber Ah Wir werden nicht Amigen Schreiber Ja! Ah, ich muss ein Visier drauf machen auf die Waffe. Schlecht ist die Waffe nicht. Erst mal ein Visier drauf schrauben. Kein schönes, aber selten. Boah, der hätte ich lieber ohne weiterspielen sollen. Oh ja, spring nicht in das Loch rein, du faules Männchen. Hinter uns auch noch. Irgendwie sind wir immer umkreist. Du denkst, oh ja, vor dir ist einer, wir schießen zusammen drauf, einer kriegt den Kiel, dann haben wir hinter uns auch noch gleich zwei, drei neue. Jo. Nur diese Scheiße hier, weil ich hasse einfach diese Map. Ja, hinter uns ist klar, Alter, von oben. Alter, mein Gott, stell dich doch gleich auf die Kimme, Junge. Boah, da merkst du einfach, dass die Leute nichts anderes tun, wie Battlefield spielen ihr ganzes Leben. Weil die sogar auf der kleinen Kante, die lassen sich oben vom Dach runterfallen auf die kleine Kante und laufen da drauf rum und schießen die alle in den Rücken. Die wissen genau, von wo sie runterspringen müssen, etc. Dass sie auf so eine Kante kommen. So was merke ich mir heute nicht mehr. Heute finde ich das total uninteressant. Früher habe ich mir das auch alles gemerkt. Heute mache ich das nicht mehr. Ja, kommt da alle jetzt runtergesprungen, oder man? Okay. Hast du gesehen, was sie jetzt gemacht haben? Als in der 50 Leute zusammen im TS sitzen und sagen, lass uns mal da runterspringen. Merkst du das? Ja, ja, der kommt da. So ganz schön, so kleine Kante kommt da angehangen. Oh, der Rücken, Alter, wie verrückt, Alter. Wo ist einer runtergesprungen? Na ja, einer. Wow, guck. Granaten rein. Ja, ich weg. Alter, was ist das? The fuck? Kommt noch einer. Hast du das gesehen? Ja! Das ist doch das, was ich gesagt habe. Die sitzen im TS alle. Das ist voll die Asi-Tour, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, oder nicht? Ja. Ja. Einsatzziel Delta wurde gerade neutralisiert. Hallo. Das war's. Jetzt bin ich hier. Das war's. Das war's. Ja. Das ist der Großteil. Das ist ein Wettbewerb. Alter, wie ich den da hinten nicht getroffen habe angeblich, Mann. Und dann kommt einer mit seiner scheiß Spaß um die Ecke und rottet alles weg. Ja. Wieso kann ich nicht bei dir... Oh. Ja, ich schieße aber schon früher. Habt du auf die Sorge? Habt ich. Wir haben gerade Einsatz für den Einfallneutralisiert. Hey, Nihishang. Hey, Nihishang. Alter, was... Ich kann überhaupt gar nicht richtig reden, Alter, weil das so viel... ...irgendwie so actionreich heute ist... ...wenn ich beigehe und dann ein bisschen quassle oder irgendwas anderes, Alter, dann kacke ich sofort wieder extrem ab. Ja. Alter, da können wir gewinnen. Alter, komm mal auf die Punkte, Jan. Ja. Okay, haben wir auch noch einen genommen. Ich stehe nach E jetzt noch. Boah, das ist zwei so geile, epische, schwere Runden. Ja, von der Seite, ey. Wo kommst du denn jetzt aber mal weg, du Mongo? Da wurde ich noch mal gerätzt. Alter. Nein, da ist die Waffe leer. Speerfeuer. Nein, wir vertreten, Alter. An, Scheißspiel. Ja. Scheiße. Das ist doch zum Ficken. Ist doch nicht wahr, Alter. Ficken. 0,7, ey. Was war irgendwie geil gewesen? 0,1 oder so, Falle? Trotzdem cool. Also, unwahrscheinlich geile Runde, Leute. Nur, ich kann die Map einfach nicht mehr sehen. Hier gibt es eine Million Maps auf dieser, äh, auf diesem Server. Und es läuft immer das Gleiche. Das ist schon etwas langweilig, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sagen damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Battlefield 4. War eine schöne Runde. Nimmt das Flamen nicht immer so ernst. Das gehört halt zu Battlefield dazu bei uns. Bis dann, tschüss. Tschüssi.